Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Minecraft. Wir werden hier heute im Survival-Mode starten und mal sehen, was wir daraus machen können. Ich habe ja schon mal eine Welt generiert. Und warum geht das nicht? Hallo? Minecraft? Ah, jetzt geht's. Okay, also wir sind ja mal wieder in einem Schneebion gesporned. Was hätten wir auch anders erwartet? Und dann fangen wir gleich mal an mit ein paar Bäumen. Fällern. So, Baum Nummer 1 ist gefällt. Und wir haben ja auch gleich einen Hundi. Hoch. Verlaufen. Mein Computer rechnet gerade ganz schön. Mein Kopf ist eigentlich gar nicht so aufwendig. Was geht denn in der Letze? Und ich hier hoch springen? Hoch. Ich hab so eine komische Tastaturbelegung hier dazu gemacht. Das ist komisch irgendwie. Weil dann kommt nicht, wo es geht. Naja. Gehen wir mal hier runter, wie es ist. Aber... Aber... Ich werde jetzt mal so, ne? Zack. Wie soll ich mal sehen? Aber früher hat man jetzt gar keinen Bock. Alle wissen, ich brauche erst mal ein Rot und dann... Ach, es ist ja eigentlich überall die scheiß Biogen. Hier haben wir eine ganz andere Richtung. Das ist doch mal schick hier. Es ist nicht so ein Kapion gewesen, dann hätte ich jetzt gesagt... Ja, wir bauen uns hin. Wir schwimmen da rüber. Und zwar kleine Innensäule. Die Idee. Wir bauen mal gleich ein paar... Ein paar Tintenfische gespawnt. Und wir schwimmen... Schwimmen... Schwimmen immer wieder. Und die schwimmen... Schwimmen zu der Ruhe und ich... Warte, weiß ich nicht. Das ist hier eine schicke Insel. Hier bauen wir unser... Dingsterhäuschen hin. Das ist ein bisschen laut, wa? Ich nehme mal kurz in die Options. Dann machen wir mal auf so... 70... Und die Mocker auf... Dann geht sich... Done. Back to game. Jetzt bauen wir gleich mal unsere Insel hier ein bisschen weiter aus. Mann! Das ist ein bisschen kack. Was denn das jetzt hier so laggy ist? Ich muss das dringendlich anders wieder einstellen mit diesen Dingern hier. Das nervt ja sowas von. Die ganze... Ich hab ja nur komische Gamer-Kralle gekauft, oder wie das heißt. Und dann wollte ich dir auch was ändern und dann ging es bei mir mit ähm... Linke Maustaste abbauen nicht mehr. Ich hab mich gehört... Ich hab mich gehört... So... Inventar... Ist hier... Ey! Wo komm mit? Hä? Was ist denn das jetzt hier? Das hat so auch nicht wahr sein! Hä? Na ja! Och nee, oder? Na ja! Ich hab' das jetzt hier! Okay, ich muss dringend diese komische Maus-Konfigur-Dinger da umstellen. Geht einer sowas von ordinären? Nein, sind wir hier erstmal sicher vor Monstern. Och Mann, ey. Es... Hm. Ja, ich muss dringend sein. 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 Ja, ich muss dringend sein.